Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 4. So, ich hab jetzt mal ein bisschen gerade aufgeschnitten, hab noch nicht reingeguckt. Und zwar testen wir heute mal das Pfefferspray, ich hab es gekauft von der Firma byern.de und ja, der PS4-Zocker YouTube Gamescom packt es jetzt aus und guckt mal was drin ist. Das Pfefferspray ist ja dazu da für die Selbstverteidigung und ja, da haben wir es, da ist es. So heißt es, Protect, könnt ihr gerne mal googeln, ist ab 14 Jahren zugelassen in Deutschland und steht Antidoc drauf. Ganz wichtig, dass eben Antidoc draufsteht, weil sonst ist es illegal. Wenn du mit dem Ding getroffen wirst, schwellen deine kompletten Augenlider zu. Du bekommst einen unglaublich schlimmen Hustanfall, Krampf eher. Jeder Mensch ist nach dieser Attacke mit diesem Pfefferspray K.O. Es hat Sprühstrahl, es ist ein Strahl. Das heißt, auch wenn es Wind draußen hat, passiert nichts. 9,99 Euro kostet es. Dann kommen nochmal die ganzen Versandkosten dazu und ich habe keine Nachnachung bezahlt. Das kostet auch nochmal. Und ja, so sieht das dann halt auch alles aus. Das ist geliefert worden. 40 Milliliter reinste Power. Finde ich richtig cool. Heute Abend kommt noch ein GTA-Video und da könnt ihr auf jeden Fall gerne reinschauen. Bei dem GTA-Video. Ja, so sieht das auf jeden Fall aus. 40 Milliliter Gefahrenzeichen und ja, so sieht es aus. Könnt ihr gerne kaufen, wenn ihr wollt. Lohnt sich auf jeden Fall. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020